Eine wunderschöne Bruchgleichung, also wir müssen dieses x-1, x, x-plus-1, die sind unten im Nenner, die müssen da weg. Und ich kann mir die anschauen, also gibt es da irgendeinen Trick x-1, x-plus-1, x, nee, gibt kein Trick, nichts, was die irgendwie gemeinsam haben. Das heißt, ich muss wirklich multiplizieren mit x-1 mal x mal x plus 1. Ja, manchmal habe ich ja ein x-1 und ein 2x-2 und das ist ja dann 2 mal x-1, also das sind so die Tricks und die gibt es hier nicht. Kein Binom, kein Ausklammern, also ich muss mit dem ganzen Ding multiplizieren. Das mache ich jetzt mal ausführlich, 4 durch x-1 plus 5 durch x gleich 3 durch x plus 1 und hier ist der ganze Zeug. x-1, x, x-plus-1, x-plus-1, x-minus-1, x-x-plus-1. Das kann man auch schneller machen, aber jetzt hier für das Vorrechnen, damit es jeder versteht. So, ich kürze hier das x-1, hier kürze ich das x und hier kürze ich x-plus-1. Habe in der nächsten Zeile keinen Bruch mehr, das war mein Ziel. 4 mal x mal x plus 1 plus 5 mal hier, das geht jetzt, da kann ich vielleicht doch mal, also x, hier mal so. x-minus-1, x-minus-1, langsam mal so, also x-minus-1 mal x-plus-1 ist x-quadrat minus 1 Quadrat, das ist das Binom, also das ist x-quadrat minus 1. Okay, hier so, das war eine Nebenrechnung. Und das baue ich jetzt hier schon ein, x-minus-1 mal x-plus-1 ist x-quadrat minus 1 gleich, 3 mal x-minus-1 mal x, weiter geht's. Also das Ziel, das wir jetzt haben, das Ziel ist a x-quadrat plus b x plus c gleich 0, dann können wir nämlich die Mitternachtsformel machen und dann kriegen wir unser Ergebnis. Und da habe ich 4x-quadrat plus 4x, also das und das jetzt hier, schön rein multiplizieren, plus 5x-quadrat minus 5 gleich, 3x-quadrat minus 3x, wunderschön, weiter geht's. Ähm, ich markiere jetzt mal alle Quadrate, so, 4x-quadrat, es gibt hier 9x-quadrat und dann minus 3x-quadrat, habe ich hier 6x-quadrat. Jetzt die x, 4x-quadrat, also ich mache hier plus 3x-quadrat, also ich mache hier plus 3x-quadrat, und dann habe ich hier 7x-quadrat plus 7x. x, ähm, der 5er, ja, der steht alleine da, ja, der steht alleine da, minus 5 gleich 0, und jetzt geht's los Richtung Mitternachtsformel. Mein a, mein b, mein c. Okay, ähm, ich habe hier x12, x12 gleich minus b minus 7 plus minus Wurzel aus, b-quadrat 49 minus 4 mal a mal c ist minus 5, das geht in einem Schritt, dass ich so minus, minus, das jetzt zum Plus mache, durch 2a, 12 ist gleich minus 7 plus minus, das sind 120 und 49, das sind meine 169, ähm, Wurzel aus 169, das riecht danach, als ob es auch stimmen könnte, weil das ist 13 dann. Also minus 7 plus minus 13 durch 12, x1 gleich, was haben wir denn, minus, minus 20 Zwölftel gleich minus 5 Drittel, das kann ich kürzen. Und das zweite, x2 gleich, äh, plus, da kommt ein Halb raus, ja, x2 ist ein Halb, so, gut, wunderbar, ich habe zwei Lösungen, ja, minus 5 Drittel, ein Halb, fertig. Wenn man, ähm, wenn man mit, also jetzt noch so ein Trick, also wenn man diese Bruchgleichung, wenn man da irgendwie prüfen möchte, ob es stimmt, kann man das auch im Internet eingeben, das Internet weiß alles, man muss nur wissen wo, und zwar gebe ich die ein in, äh, der Suchmaschine, ich gehe ins Internet, in Wolfram Alpha. Wolfram Alpha, also anders als Google, eine Suchmaschine, die eher von Mathematikern programmiert ist, 4 durch x minus 1, das muss ich halt dann so eingeben, 4 dividiert durch, und jetzt die Klammer, ähm, x und minus, es ist hier so, es zieht sich, x minus 1, Klammer zu, das ist jetzt der Bruch, dann plus 5 durch x, also plus 5 geteilt durch x, ist gleich, ist gleich, jetzt habe ich 3 durch x plus 1, also, 3 geteilt durch, Klammer, hier, x plus 1, Klammer zu, das ist die Bruchgleichung, die ich mir schon angeschaut habe, dann drücke ich auf ist gleich, braucht so ein bisschen, also er hat die verstanden, er hat das übersetzt, ja, er hat, ähm, das als einen Schnittpunkt, hier sieht man so, Schnittpunkt zweier Graphen interpretiert, und er kann es auch rechnen, ui, und er kommt auf minus 5 Drittel und ein Halb, ja, Step-by-Step-Solution, gut. Step-by-Step-Solution, gut. Vielen Dank.